Oh nein, und von hinten kommt auch noch einer. Scheiße, aufpassen. Oh nein, nein. Was mache ich? Was mache ich? Oh nein, ich bin hinter dir. Okay. Ich dachte jetzt gerade, das gehört so. Wo war der Moment, wo ich was machen sollte? Ja, fortfahren. Komm schon, neuer Versuch. Ja. Wo ist das Ding? Ach, da. Ich seh das nie. Ah, jetzt... Hab ich's jetzt wieder nicht geschafft, oder? Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh Gott. Ja, nimm, nimm. Oya! Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Oh. 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 Keep going. Spannung. You see him? Wer ist das denn? Ja. Just play it cool. And you do the talking. What? Why me? I don't want to get in a fight. You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves. What should I say? I don't know. Ask him for directions. Well, who are you? Who's asking? I am. I'm Clementine. And this is Luke. Clementine and Luke. Huh. You don't look like assholes. Are you assholes? No offense or anything. But you know how it is out here. I'm not an asshole. I'm not an asshole. Are you calling me an asshole? You folks headed north like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. Have you seen someone named Krista? Krista? Maybe. Really? No, I mean, a lot of people come through here. I don't know. I gotta say, you two look like shit. If you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's, uh, awful nice of you. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, alright then. Thank you. Hey, no problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want... What the fuck, man? What the hell is he doing? What? No. No, 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 no. He's with us. Nick! No! Stop! Nein! Scheiße. Nein! Und jetzt, wenn andere das mitgekriegt haben von ihm und er kommt nicht wieder... Dabei war er jetzt freundlich! Oh, das war jetzt echt scheiße! Where is he? I told you not to shoot. What? Who was that guy? Why did you shoot? He pointed a gun at me! Damn it Nick! I told you not to shoot! How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot! That shot rang out for miles. Wir müssen diesen Bruch entfernen. Los geht's. Everybody calm down. What did you see, Clem? Was that guy going to shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? He wasn't going to do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. I... No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Luke, can I talk to you alone? Hey, Clem. You got anything to eat? Bet you're dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry. I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind you checking it out? Maybe we'll spend the night here. Maybe we'll spend the night here. A little small forest, though. You could use a little downsizing. He may have been lying about the food. It's worth checking out. Rebecca, are you okay? I'm all right. I just need a little rest. And some food. Alvin. Reden wir mal mit... Ach, Nick meinte ich. Ich meinte nicht Luke. Ich meinte Nick. I had to kill my mom. Sounds weird when I say it out loud, huh? Luke always used to push me. I never wanted to go into business with him. I remember when he sold me on his big plan. Some fucking plan. Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After six months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. I'm just not built like that. I'm sure they're talking about me right now. Luke, he's becoming a danger to the group. Who was that guy? Er schien nett zu sein. Er war nur ein Kerl. 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 Wenn Alvin ist in front of me, er nimmt den Schuss. Was ein fucking Mist. Vielleicht bin ich es. Ich weiß es nicht mehr. Gott, ich bin Hunger. Welche Zeit ist es denn jetzt? Verdammt. Verdammt. Was ist falsch? Ich lasse meine Beine zurück in die Kabin. Es war Pete's. So ein Glück. Ich glaube, ich habe sie. Ich habe sie wieder in der Kabin. Lass mich sie holen. Was? Wirklich? Danke. Das bedeutet... Danke, Clem. Du weißt, was? Ich gehe mit ihnen reden. Also hatte es doch einen positiven Zweck sogar, dass die Uhr damals mitgenommen wurde. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt hängen die hier vor dem Haus rum, ohne dass jemand das mal hier abcheckt, oder was? Ich meine, das wissen wir doch mittlerweile alle, dass man hier mal sich umgucken sollte. Eigentlich. Lü? Okay. Hier kann ich gar nicht lang. Und sie geht da jetzt ganz alleine rein, oder wie? Na gut. Oh, ich habe echt... Ein komisches Gefühl, dass der jetzt getötet wurde. Ich glaube, das wird noch seine Konsequenzen haben. Alles in diesem Spiel hat seine Konsequenzen. Ich sehe nicht eine Konsequenzen hier. Der Mann hat es wahrscheinlich gehabt. Hm. Das wäre blöd. WM. Ein Weltmeisterschaftsmesser. Es fühlt sich ziemlich gut. Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht unsers. Aber irgendwie... Es ist ja auch normal in dieser Welt, dass man sich daran gewöhnt, wahrscheinlich fremdes Gut an sich zu nehmen. It's dead. I guess he slept here. Oh Mann, es ist so blöd. Und er hätte uns hier mitgenommen und hat wahrscheinlich immer geguckt, wer hier so über die Brücke kommt. Aber warum? Vielleicht war er auch nur so... Hier sozusagen stationiert und seine Gruppe ist weiter weg und... Ja, das war so seine Aufgabe, vielleicht hier aufzupassen, wer hier immer über die Brücke kommt oder so. Mann, oh. Könnte natürlich mit dem Messer noch versuchen, es aufzumachen, aber... Können wir denn mit irgendwem hier reden? Gibt's hier noch irgendwas zu tun? Also muss ich drinnen noch was machen? Anscheinend. Ja, dann probiere ich das mal. Achso, da ist ja auch das Messer sogar angezeigt. Okay. Buschmesser. Habe ich vorher nicht gesehen. Sorry. Na ja, zwei Dosen. Zwei Dosen. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. He was trying to help us. Yeah, and someone died. I ain't no judge, but that's straight up murder in my book. I mean, you ever know anyone to do a thing like that? Viele Leute, eine Frau in unserer Gruppe, möchte nicht darüber reden. Lots of people. It happens all the time now. It's fucking crazy. Pardon my French. That's funny. She looks just like you. Hey, Clem, there's not a lot of food here, and Rebecca, well, she's eaten for two. You think we can keep this just between us? I hate to eat it. I hate to eat it. You know, Rebecca, Rebecca, Rebecca can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows, we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. The hell is that? The hell is that? Walkers. We got a problem here. Yeah, we saw it. All right, we're heading up. well, what are we waiting for? We have to be careful. Careful? We've been on the road for five days. My back is done being careful. Doesn't look like anybody's home. Damn. Nell down tight. I'll check around front. I'll go with you. Well, it'd be good to know if anybody's actually back there. You could probably get a better view from up top. You'd have an easier time getting up there. You feel like taking a look? It'd be just like climbing a treehouse. Just a really tall treehouse. I had a treehouse once. Well, there you go. I hated it. Oh. Warum stiftet er sie eigentlich immer an, überall mitzuhelfen? Entweder, weil er sie A mag oder B, ich weiß nicht. Als ob er sie auch so ein bisschen benutzt. Kommt es mir irgendwie ein bisschen vor, weil sie halt immer gerade mitkommt und auch so die Die Drecksarbeit ein bisschen machen muss. Probable. Got a good grip? Yeah. When I was a kid, we used to jump roof tops downtown. Now that was fun. That sounds stupid. Yeah. Yeah, it was. The trick was not to look down though. Oh, 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 you're fine. You're fine. Just look at me, okay? You're fine. Ja, wie soll er sie denn aufhören? Scheine und dann nicht so laut. Just slow down. Just for a second. Keep your voice down. Why don't you just yell at me? Shut up. Und der Rabe sitzt da so daneben und lässt sich nicht sterben. Hmm, was auch immer wir hier sehen, das sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.